Also, 2014, die Zeitung Haaretz, also eine israelische Zeitung, brachte hier in der englischen Version, brachte hier die Meldung mit dem Titel Also auf Deutsch, enthüllt britischer, der britische Geheimdienst stachelte damals die arabischen Armeen an, um Israel anzugreifen im Jahr 1948. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Hört sich total paradox an. Also einerseits Britannien, der Geburtshelfer Israels und so, Britannien, die Schutzmacht Israels, auf der anderen Seite hintergehen die Briten Israel und arbeiten dann doch lieber zeitweise mit den Muslimen zusammen. Ähm, und wie gesagt, in Israel, also einigen Israelis war die Sache schon bekannt. Außerhalb Israels ist das nicht unbedingt so bekannt. Dann, die Israel National News von 2017. Überschrift CIA Doppelpunkt UK Armed Encouraged Arabs Against Israel in 1948. Und dann hat man gesagt, ja, wir haben jetzt halt mehr Akten zu dem Vorfall, also ehemals geheime CIA Dokumente. CIA Dokumente bestätigen das. Ja, die Briten arbeiteten mit den Muslimen. Die Briten arbeiteten mit den Muslimen und haben die halt, die Muslime gefördert, angestachelt und bewaffnet. Äh, gegen Israel. Äh, da, 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 heißt es halt, ähm, hier ein ehemals geheimes CIA Dokument, unter anderem hier vom 27. Januar 1947, äh, wird hier genannt. Ähm, also, da, da hatten die Israelis halt so eine Quelle und, 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 und haben dann halt mit der, mit der Quelle geredet. Äh, und die Quelle sagt er, ja, äh, ich hab da vor einer Weile hier gesprochen mit diesem Großmufti. Äh, mit diesem, äh, ja was genau, genau, Großmufti Haj Ami El Husseini. Ähm. Und dieser El Husseini, der war sogar ein Nazi-Sympathisant. Ein Nazi-Sympathisant während dem Zweiten Weltkrieg. Äh, auch einer der größten Gegner, ja, der, der Idee, einer der größten Gegner der Idee eines, eines jüdischen Staates. Äh, und dann hieß es eben, ja, dieser, dieser Mufti, also die Quelle sagte dann, ja, dieser Mufti hat mir erzählt, dass die Muslime Hilfe kriegen, ja, dass, dass die Muslime Hilfe kriegen von den Briten. Und zwar nicht zu knapp. Ähm. Also, und, äh, äh, Ähm, und dann, äh, gab es noch das hier von der Jewish Virtual Library. Der Beitrag heißt French Intel on British Support for Arabs. Also da hat man halt eben nochmal von wo an, von anderen Seiten eine Bestätigung gekriegt, nämlich die Bestätigung durch den französischen Geheimdienst. Ähm. Ähm, das heißt, die Franzosen traten, also der französische, französische Geheimdienst war damals herangetreten an David Ben-Gurion im Juli 1947 und haben ihn gewarnt, was die Briten da treiben. Also was diese, was diese britischen, ähm, was diese britischen Geheimdienste da trieben in Kairo und Bagdad. Also da wurde ein Krieg angezettelt, ein Krieg angezettelt gegen die Juden in Palästina. Äh, und, ähm, ja, das wurde dann ziemlich eklig. Äh, hier Golda Meier, Golda Meier hatte sich dann nochmal getroffen, hier heimlich mit dem König Abdullah, also von dem jordanischen Territorium, wollte eben diesen Krieg verhindern, aber ähm, er hatte sich dann, also dieser, äh, dieser König Abdullah hatte sich halt eben dann überzeugen lassen von den Briten. Ja, um Palästina zu retten. Äh, die Briten dachten, ja, wenn der Abdullah in den Krieg zieht, dann ziehen die anderen eben auch in den Krieg und so. Ähm. Dann in Ägypten heißt es, in Ägypten stachelten die Briten, dann, äh, stachelten die Briten die, äh, sogenannte Muslimbruderschaft an. Also da ging es vor allem um die Al-Aqsa-Moschee, das ist jetzt auch natürlich ein zentrales Thema aktuell. Äh, hier, britische Geheimdienstler und das britische High Command in Ägypten überzeugten König Farouk, dem arabischen Krieg, der arabischen Kriegskoalition beizutreten. Ähm, die Briten versprachen Waffen, Munition und Flugzeuge. Ähm, und so weiter, und so weiter. Ben-Gurion erfuhr also dann verschiedene Sachen vom französischen Geheimdienst. Ähm, ja, aber letztendlich blieb den, äh, blieb den Juden nichts anderes übrig, als halt eben den Briten zu vertrauen. Äh, den Briten zu vertrauen und den Amerikanern zu vertrauen, ja. Aber die Briten waren ja anscheinend oben sehr, sehr durchsetzt von, also die Briten waren sehr, sehr stark durchsetzt von russischen Maulwürfen. Ähm, gibt's dieses neue Buch, was den ganzen Fall nochmal, äh, genauer hier aufarbeite, das werde ich demnächst auch mal durchgeben. Das heißt, das Buch heißt Statecraft by Stealth, Secret Intelligence and British Rule in Palestine. Ähm, also da gab's dann eben diese Figur Räuven Zaslani, später nannte man ihn Shiloha. Äh, der wurde auch dann der erste Chef von Israels Mossad. Und Zaslanis Chef war Moshe Shertog. Äh, später hieß der Sharet. Äh, und dieser Shertog, beziehungsweise Sharet, der lieferte halt dann alle möglichen Informationen an Charles Taggart von den Briten. Ja, das heißt, er, oder musste er eigentlich liefern, die Informationen an Charles Taggart. Ähm, genau, und dann gab es dieses White Paper von 1939. Dazu gleich auch noch mehr. Ähm, also das heißt, die Briten spielten da mehrere Seiten und, ähm, Briten spielten da mehrere Seiten und dann irgendwie im letzten Moment entschieden sich dann, äh, entschieden sich dann die Briten halt eben dann doch, ähm, hier dieses Israel zu schaffen. Ähm, und, ähm, das hätte aber auch anders laufen können. Ähm, also auf den, auf das Drängen von Shiloa schuf dann Premierminister Ben-Gurion das Zentralinstitut für Koordination, also letztendlich den Mossad im Dezember 1949 und Shiloa war dann der erste Direktor. Ja, und wie viele Informationen? Alle Informationen landeten dann wahrscheinlich bei den Briten und dann wahrscheinlich bei den Russen. Siehe Verräter wie Kim Philby oder halt die Atomspione. Äh, dann, ja, dieser Sir Charles Augustus, Augustus, Taggart von den Briten, natürlich behangen mit den größten Orden. Äh, Taggart hatte vorher schon einiges gemacht für die Briten in Indien. Und, ähm, ähm, ja, und als die Briten dann sich dann irgendwie doch entschieden hatten, als die Briten sich dann entschieden hatten, dann Israel zu schaffen, dann, äh, war dann Mr. Taggart, eben Sir Taggart, war dann beauftragt damit, halt mit brutalen Methoden Informationen zu sammeln und Israel zu schützen. Also gab es eben noch diese Folterzentren. Äh, und so weiter. Und so weiter. Äh, dann, noch das hier als Hintergrund, nicht, dass das noch untergeht. Also, es gab diese sogenannte London Conference 1939. Die britische Regierung veröffentlichte ein sogenanntes White Paper. Äh, und, ähm, da hieß es dann, es gibt sehr, sehr scharfe Grenzen für die, äh, für halt, also, wie viele jüdische, äh, wie viele, wie viele jüdische Leute hier aus, also, wie viele Juden aus Europa flüchten dürfen, ja, nach Palästina. Also haben wir gesagt, das, das dürfen nur ganz wenige, es dürfen nur ganz wenige Juden halt eben dahin. äh, äh, und, ähm, also natürlich, als es veröffentlicht wurde, waren die Juden natürlich, äh, unglaublich sauer. Äh, manche Zionisten organisierten dann das, äh, das Programm Aliyah Bet, also das war halt illegaler Schmuggel von Migranten, äh, äh, Migranten nach Palästina. und, ähm, die Gruppe Lehi, das waren extremistische Zionisten, die attackierten dann sogar, äh, attackierten dann sogar die, äh, attackierten die Briten in Palästina. Ähm, die sogenannte Jewish Agency, die wollte dann die Wogen glätten, hat dann so gemeint, ja, wir müssen uns irgendwie einigen mit den Briten, die Briten sind irgendwie die große Hoffnung und so weiter. ähm, äh, die Italiener, also im, im Zweiten Weltkrieg hatten dann die Italiener, äh, hatten die Italiener Palästina angegriffen aus der Luft, bombardierten Tel Aviv und Haifa. Äh, 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 General Erwin Rommel, ähm, hatte diesen Feldzug in Nordafrika Richtung Suezkanal und da war eben die Befürchtung, dass der es bis nach Palästina schafft. Man nannte das die 200 Tage der, der, der Befürchtung, der Sorge. Ähm, ja, und dann haben die Briten halt an sich gedacht, äh, okay, dann, ähm, unterstützen wir halt eben jüdische Truppen oder jüdische Gruppen. Ähm, ja, und dann, ähm, ja, dann ging der Zweite, also der Zweite Weltkrieg, äh, Zweite Weltkrieg war halt eben dann eben das, das, das zentrale Event hier für die Briten. Äh, und gerade im Jahr, also, das war natürlich dann verheerend, als ausgerechnet 1939, als es halt eben dann hieß, also vor allem von den Briten, es darf kaum Migranten geben, äh, äh, nach Palästina. Also, das hieß dann 15, 15.000 Leute pro Jahr, das weiß ich nicht, ein Desaster, ja, das heißt, Juden flüchteten, also Juden, äh, versuchten halt irgendwie zu überleben in Europa und, äh, und zu flüchten und, und so weiter, äh, also, der absolute Horror-Show. Ähm, und als dann, als dann diese Schmuggel-Operation begann, also diese Aliyah-Bet, man, äh, also diese Organisation, die hieß Mossad Le-Aliha, Le-Aliha-Bet, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen korrekt aus, also da flüchteten zehntausende Juden aus Europa, äh, zehntausende, zehntausende Juden aus Europa flüchteten, äh, flüchteten Richtung Palästina, aber die Royal Navy, die britische Marine, ja, nochmal zum Mitschreiben, die britische, äh, Marine hielt einige dieser Boote auf. Äh, man hielt tatsächlich diese Boote auf. Äh, also es gab dann halt, natürlich dann eine Gegenbewegung, also, hier eine Bombe von der Haganah, äh, versenkte dann die SS-Patria, äh, äh, manche Schiffe wurden auch versenkt von sowjetischen U-Booten. Also die Sowjets waren da aktiv mit, mit U-Booten und versenkten manche Schiffe und so. Äh, und so weiter und so weiter, ähm, dann nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, befanden sich zweihundertfünfzigtausend jüdische Flüchtlinge in, äh, solchen, ähm, Hilfslagern in Europa. Also Displaced Persons Camps, also solche improvisierten, improvisierten Lager. Äh, die Amerikaner wollten dann so einen Einfluss ausüben, ähm, also Harry Truman und die, das, das Anglo-American Committee of Inquiry, die haben dann gesagt, ja, man sollte sofort, man sollte sofort 100.000 Juden, äh, Juden reinlassen nach Palästina, aber die Briten, die Briten waren dagegen. Tja. Ähm, also und dann ging das halt immer so weiter, eine ganze Weile lang. Ähm, hier, die, also jüdische Gruppen, die Lehi und Irgun, also die jüdischen Organisationen Lehi und Irgun, die attackierten dann die Briten. Das sogenannte British Mandate. Am 6. November 1944 gab es einen Attentat von Eliyahu Hakim und Eliyahu Bet-Zuri. Äh, die töteten Lord Moin in Kairo. Moin war der britische Minister für halt, äh, halt, Nahostangelegenheiten. Also die töteten, die töteten einen britischen Minister. Und anscheinend war Winston Churchill nicht begeistert davon. Ähm. Äh, da, 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 da. Tja, und dann, ähm, ja, und dann gab es halt eben dann Spannungen auch zwischen jüdischen Gruppen und man hat dann eben versucht, dann diese, diese Wogen zu, äh, diese Wogen zu glätten. Ja, und dann passiert es halt eben, dass die Briten halt hintenrum verhandelten mit den Muslimen und es hätte auch beinahe so ausgehen können, dass man die Juden da komplett im Stich lässt. Äh, das sollte man, das sollte man auf jeden Fall wissen. Ja, ich meine, es ist, die Israelis kennen das wahrscheinlich, aber die meisten in der Welt haben das nie gehört oder haben das vielleicht mal irgendwann gehört und, ähm, äh, das ist halt so der Hintergrund. Und deswegen ist es halt so grotesk, wenn halt Juden konfrontiert sind mit dieser klassischen Verschwörungsmythologie, äh, seitens der Muslime, seitens von halt Superrechten, äh, Leuten weltweit und so. Ähm, das ist halt absolut grotesk, also völlig grotesk, wenn man halt diese ganze Sache da hier auf dem Schirm hat. Ähm, ja, und halt eben dann das tiefe Misstrauen. Ich meine, es ist ja bekannt, dass, ähm, äh, dass, dass israelische Dienste halt eben dann versucht haben, Einfluss zu gewinnen in Europa. Äh, israelische Geheimdienste haben dann auch versucht, dann Einfluss zu gewinnen, immer mehr in Amerika und da ist natürlich dann auch hier so manche Operationen und so. Ähm, auch dann diese Lobbygruppen und halt eben so, so Strömungen bei den Republicans wie die Neocons. Ähm, aber man darf das große Bild natürlich nicht hier, äh, das große Bild natürlich hier nicht vergessen. Ja, das heißt, diese, diese Unterwanderung Israels von Anfang an, ähm, ja, Israel war komplett unterwandert, ja, dann hat es halt eben das, die, die, die Kontrolle durch die Briten und so. Also, ähm, sollte man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall wissen. Äh, und wie gesagt, aus diesem ganzen Megatrauma, aus diesem Multi-Multi-Trauma, äh, entstand halt einfach dann so dieses Misstrauen bei einigen, bei einigen Juden, also vor allem Israelis da unten, ähm, dieses große Misstrauen gegen halt Europäer und das Misstrauen gegenüber Amerikanern. Ja, wie soll es auch anders sein? dieses Misstrauen war einfach dann da und die Russen haben, ja, die Sowjets haben eben dann versucht, halt eben dieses Misstrauen auszunutzen. Ja, vor allem die Russen. Und der russische Geheimdienst, der musste da nicht unbedingt immer offen auftreten und sagen, ha, wir sind der KGB, sondern die konnten ja alles mögliche vorgeben zu sein. Ja, ... Also,